In nur vier Bundesländern gibt es Bezirke. In Bayern sind es sieben. Die Bezirke gehören zu einer von drei kommunalen Ebenen. Die anderen beiden Ebenen sind Gemeinden und Städte sowie Landkreise und kreisfreie Städte. Der Bezirk Oberpfalz zählt übrigens 1,1 Millionen Einwohner. Der Bezirk Oberpfalz und der Regierungsbezirk Oberpfalz erstrecken sich über dieselbe Fläche, haben aber unterschiedliche Zuständigkeiten. Die Regierung ist eine staatliche Behörde und übernimmt Aufgaben des Freistaats. An der Spitze steht dabei der Regierungspräsident. Der Bezirk Oberpfalz ist selbst verwaltet. Er hat mit dem Bezirkstag eine gewählte Bürgervertretung, die dann den Bezirkstagspräsidenten wählt. Der Bezirkstag bildet dann mehrere Ausschüsse, etwa für Soziales oder Kultur. Und die Mitglieder entscheiden dann über die Aufgaben, die den Bezirk bewegen. Der Bezirkstag wird alle fünf Jahre zeitgleich mit dem Landtag vom Volk gewählt. Die Wahl ist identisch mit dem Landtag. Es gibt aber eine Ausnahme. Eine 5%-Hürde gibt es nicht. Die Bezirke nehmen Aufgaben aus den Bereichen Kultur, Soziales, Gesundheit, Bildung und Umwelt wahr, soweit diese überörtlichen Bezug haben. Beispielsweise unterstützen sie Menschen mit Behinderung, sich in die Gesellschaft einzugliedern und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Auch unterhält der Bezirk Psychiatrische Kliniken. In der Oberpfalz sind das das Bezirksklinikum Regensburg und die Bezirkskrankenhäuser in Parsberg und Wöllershof. In Amberg und Weiden betreibt der Bezirk Außenstellen des Klinikums Regensburg, beispielsweise das Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Der Bezirk Oberpfalz unterhält auch das Freilandmuseum in Neussert im Landkreis Schwandorf und achtet auf Heimat-, Denkmal- und Brauchtumspflege. Er fördert beispielsweise die Kirwa-Tradition, Trachten, Dialekte und Volksmusik. Die wichtigste Einnahme ist die Bezirksumlage. Das heißt, die Landkreise und kreisfreien Städte zahlen einen bestimmten Betrag an den Bezirk. Die Höhe legt der Bezirkstag fest. Im Jahr 2023 kommen 320 Millionen Euro zusammen. Dann gibt es noch Zuweisungen, die der Freistaat Bayern an die Bezirke zahlt, um sie bei ihren Aufgaben zu unterstützen. Im Jahr 2023 kommen 80 Millionen Euro zusammen. Hinzu kommen 2023 noch etwa 100 Millionen Sozialhilfeeinnahmen.